da sind wir wieder zurück mit einer wunderschönen neuen folge groß flieger wetlands heute mal wieder zu dritt mit dem wir haben ja hier direkt im gesicht ist der pirat hier drüben ist der elbensiege ist immer wieder dabei wir sind ja schon am ziel wunderbare landung na ja da hinten sehe ich schon welche dem ist war ein schüchtern ich bin eingeschüchtert ich habe erschossen ja das war ja das ist auch glaube ich wieder nur wir sind erst mal akte wenn ich jetzt wollen wir den fertigkeitspunkte ne gab es nicht alles schon eingesammelt die lütter reicht wenn es einer macht und trotzdem freundlicher was soll das denn sein ja steig nach vorne ich habe angst gibt es überhaupt waffen ja doch zwei waffenkisten sechs kisten sieben fertigkeitspunkte und bonus wir arbeiten uns nach vorne zum schatz im silbersee wollen wir ja ich glaube auch blutsbrüderschaft ja ich glaube auch blutsbrüderschaft ja ich glaube auch blutsbrüderschaft ja wie war das nicht mal fliegen ich kann das ja 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 zu spät kannst du doch die dokumente muss noch jeder selber nehmen nur die anderen nachschubteile nicht mehr die mal gut dass hier ein flugfeld ist wir müssen weiter weg kommen da ab in den tower lassen uns in den tower scheißen ich komme hier rein ach da schön dass auch einmal das haus rumgelaufen sind und gemerkt haben dass hier links die treppe war ich treffe mich vor hier da waffen acht waffen und zugepositionen auch die ok a3 hat sich aber auch nicht schlecht an da sitzt im flugzeug da hinten kann man auch mal wieder spielen sicher lässt uns die ganze arbeit machen der kleine bimbel wo denn ach da ist doch wie wärs mal in der granate werfen das hat nicht funktioniert also kann ich das nichts gebracht haben willst mich verarschen ich steig schon mal ein ach doch dann umgeleid ja ja das hat nichts gebracht mit einem flugzeug jeweils die vor hatte ne das ist für den arsch hast du für schmerzen ich wollte sagen ihr seid alle so unfähig nehmt kein auto auch gerade gedacht so wie geschrieben hat und alle nachschubkisten vorbei nur weil wir so eine blöde zubekiste haben wir hier sind schweine geparkt maschinengewehr laufer sich damit wenn man für den scheiß im wechsel her gefahren hmm mein das auto ich habe einmal ins auto geklaut das ist auch ein schwein jetzt kommt wir müssen fein jetzt müssen feinde sein hinter uns kommen sogar welche mit informanten und unidat ich habe ein bisschen nachschub oder auch nicht nicht wird beschossen ja ich liege im dreck ja ja ach du scheiße ich bin da wo die explosion sind übrigens hier im dreck bei mir sind aber zwei doch da sind zwei jetzt haben wir den elpen sind ja noch ach du scheiße ich liege gleich schon wieder im dreck die ganze patrouille läuft auch hier rum hier ist leider kein haus wo ich reinkommen konnte ich liege gleich wieder im dreck ich habe ich habe weg frei. Bäm, er ist kaputt. Ich bin wieder der Rufschrauber dahint. I'm shoot. Ja, ne, ist klar. Ach, die Scheiße. Ja, ich habe ab. Ich laufe zu dem Stern. Vielleicht verliert uns an die Patrouille endlich mal. Ich bin wieder der Rufschrauber. Nicht, nicht. Mann, 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 Mann. Ich schreibe gerade immer die ganze Bude zusammen. Ich bin wieder der Rufschrauber. Ich bin wieder der Rufschrauber. Ich bin wieder der Rufschrauber. Wohin auch sonst. Oh, falsches Haus. Gibt es ja wieder alles? Was? Was? Ich habe diese Rufschrauber. Noch mal, noch mal. Warum? Was sollte ich denn? Okay. Ich kenne nicht immer nur, wenn sie schreit, kann sie nicht sofort immer was wollen. Da dauert ja auch ein bisschen, um es zuzubereiten. Das ist aber schuld, wenn man nicht erst trinkt, was man soll. Wo sind die Rufschrauber? Wo ist die Rufschrauber? Da läuft ja oben. Wo sind die Rufschrauber? Wo sind die Rufschrauber? muss aber mit der Drohne musst du die orten. Nö. Die sind eine kleine Gruppe tangles. Hm. Ah, ich kenne sie einfach drauf. Juh, ich mich. Hallo. Ach, da muss sonst keiner Milch gerichtet. Ja, leck mich. Ich wusste gar nicht, dass ich ihn abgebaut habe. Hm. Ja, dann gucken wir noch mal, was war da oben. Ach, das ist in der Waffenkiste da oben, ja? War ja klar. Hier, der Geier, wie er sich einfach vordrängelt. Hm. Hier soll jetzt gut sein, ja? Wo ist er denn? Hä? Ach da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ganze 20 Schuss, wow Ich kaufe schon wieder Kippen Nö Machen wir in der nächsten Folge Sind wir sicher, wenn du so rumtrödelst Womit wollen wir denn überhaupt hinfahren? Fliegenfliegen Ist mir schon Das ist mir schon klar Aber womit wollen wir denn da hin? Ja, siehste Das ist nämlich doch mal eine Aussage Oh, da kommt was Bist ihr sicher? Jetzt So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Bis dahin Vielen Dank.